For being old and ugly Achtung Wind! Wie soll man dem ausweichen? Kreis drücken oder drüber springen Aha Ich hab etwas Ich hab etwas getötet das du liebst und du bist selbst schuld Ich hab ein Glas voll Dreck Ich hab ein Glas voll Dreck Was ist das denn? Mieses Stück Scheiße Au Aber man kann ihn nicht triggern Nein Oder warten, man kann doch eigentlich Ich hab's nicht hier gekriegt Ich versuch mich nochmal Danke schön Danke schön Der Handtuchgott wurde gerettet Der Handtuchgott, dank dir Fuck Achtung, Achtung Das ist noch nicht voll Nochmal Wegrollen, wegrollen Oh Witz, 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 witz Bewegen bleiben Stirb Oh mein, kann ich barren Fuck Wäre geil, wenn die Waffen wirklich so wären Wenn du sie hast Ja 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 Nein Ja Nein Dankeschön Nein Nein Nicht Vorsicht Vorsicht Scheiße Scheiße Motherfucker Oh 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 Scheiße Alter Das ist tatsächlich Das ist tatsächlich die erste Seele seit lange mit der du was anfangen kannst Geil Das ist Dexterity Entweder meine Waffe, die ich habe, den Speer Oder Oder Der ist Dexterity Ja Der Blitz Speer Okay Man muss da leider ein bisschen Äh Glaube socken, äh skillen dafür Aber der ist sehr stark Cool Und Blitzwaffen braucht man halt leider oft, ne? Du brauchst halt für jeden Gegner eine Waffenart, ne? Blitz, Feuer, Dunkelheit Oh, lass mich raten, es geht noch weiter Uff, ne es ist vorbei Was? Aber du, ja ja es ist vorbei, der Boss ist tot Scheiße war das anstrengend Drecksviech Ich stand, ich stand nur noch da Und hab einfach geaimt und versucht zu treppen Wird ja geheilt Du grätzt rein, danke der Handtuch Pfff Ich weiß, ich weiß Danke der Handtuch, Gott Fuck Du bist ja noch da Du musst ganz dringend das Bonfeuer anmachen Jaja du musst das Bonfeuer anmachen Und hier vorne liegt glaube ich was Genau hier wo ich stehe Ja genau, ich hab's gesehen Hier ist was ganz wichtiges Hier ist was ganz wichtiges Aber Ist die Gegend jetzt Fertig? Safe Das ist fertig Oh Geiles Material Im Bossraum selbst ist noch was Wenn du ganz durchläufst geradeaus Richtung Ich sag mal sieht aus wie eine Moschee Das Gebäude am Ende Da kann man noch was sammeln Und links und rechts sind halt auch noch irgendwo Sachen glaube ich Einmal an einer Stelle Irgendwo doch noch mal ein bisschen rum Dieses Mist Ja du findest Eine Rüstung findest du noch glaube ich Wenn mich nicht alles täuscht Irgendwo findest du eine Rüstung Wenn an der linken Seite auf der Zinn nichts ist dann ist es auf der rechten Seite Okay ich gucke Ich gucke Ich gucke So epische ne Eben Weil man weiß dass es halt einen Sohn gab der sich halt der ganzen Scheiße entzogen hat Mit dieser Säuberung mit der ganzen Tötung von den Drachen Drachen genau Aber man weiß dass seit Dark Souls 1 dieser Sohn präsent ist halt ne In Dark Souls 2 wurde er auch mal kurz angeteasert aber man hat ihn nie gesehen Und jetzt sind Dark Souls 3 endlich der Nameless King Und er hat die selbe Krone auf wie Gwyn Wie sein Papa Wie sein Papa Wie sein Older Wie sein Older Wie sein Older Wie der Kollege Ich find nichts anderes als den Bossraum Sollte ich hier überhaupt rumlaufen? Ja du findest dort irgendwas irgendwo noch Eine Rüstung Aber lauf doch erstmal bis ans Ende von diesem Gebäude durch Da findest du dann auch noch was Ah warte ich hab sie gefunden Es lag nicht oben Es lag unten Achso unten Okay Scheiße Dragonslayer Wuuu Wandtuchgott Drachen schlechter Na gut das trage ich nicht Das ist die Das ist die Rüstung von Das sieht geil aus Die sieht auch richtig geil aus Und du findest von dieser Person von der du die Rüstung gefunden hast auch die Waffe In dem Bossraum Da ist der Drachen Drachen schlechter Speer Nice Oh nein ich hier schon wieder Alles gut ist nur eine Abkürzung gewesen Du kamst jetzt einfach direkt ans Bonnfeuer und weg Jut Das heißt im Endeffekt sind wir schon am Bossraum vorbeigelaufen Es war nur nicht offen Richtig es war nicht aktiviert durch die Glocke haben wir den Bossraum erst aktiviert getriggert Und über dem Raum sind so Blutspuren das ist witzig Überall in der Luft Ja sowas finde ich witzig Ich bin auch der Handtuchgott Blutspuren gehören aufgesammelt Mit einem Handtuch So Dann gehen wir mal kurz leveln Die Bosswaffe angucken Und sich entscheiden welche man nimmt Ja Es gibt zwei gute tatsächlich Entweder der Speer oder die andere Mal sehen Mal sehen Mal sehen Mal sehen Also erstmal die Frau der ich meine Augen gegeben habe Willkommen Sehr gut Dann geht es nicht Ja ja Touch immer da Farewell Ashen Farewell Ashen Dann gebe ich noch das Item für die Asche Das ich dann alles kaufen kann Ja Ja Auf jeden Fall mal den Shop durch Der hat sich jetzt immens verändert Joa Joa Loss Equipment Degradation Boost damage Absorgen Es gibt leider keine Drachenschlechter Bögen Gundias Rüstung Exil Maske Hey da ist die restliche Rüstung von dem Handtuchtyp Den Helm den du auf hast Das äh Mit dem gelben Cape über die Schulter Das ist die restliche Rüstung von dem Santos Overcoat Nice Ist eigentlich mit Absicht der Helm nicht dabei? Ja weil du den findest Oh Ne Weil du den findest Genau deshalb Ich kann noch Drachen Dingens kaufen Wo ist denn das? Ach hier Nice Schuppen 20.000 Ja gut Es ist halt so Es ist teuer Aber du hast halt die Möglichkeit Ja eben Ja eben 20.000 ist ja noch okay Der Preis steigt oder? Ne der Preis bleibt Und dann geht das doch Das ist jetzt permanent so Das steigt nicht Das bleibt einfach so Das ist der Schock der verändert sich jetzt nicht mehr Also das geht doch Kann man sich nicht beschweren Das geht also ich find's okay Ich find's fair ne weißt du Also Durch Farmen Und durch Helfen von anderen Leuten Kriegt man ja Seelen Durch PvP kriegt man Seelen Da kann man sich das dann gönnen Würde auch sagen Ich find das Ich find das fair Dann gucken wir mal Ob die Rüstung auch gut zu dem passt Was ich gedacht habe Ah Der Handtuchgott ist vollkommen Neeee Hehehe Utz 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 So Hast du jetzt die ganze Rüstung gekauft oder was? Ne Nur das eine Stück Das reicht ja Das sieht ja Das nimmt ja den ganzen Körper ein Hm Stimmt Ah Dass wir da keine Treppe hin machen Dass man da extra immer wieder hochlaufen muss Wegen diesem einen Spaß Nur weil man eine Stufe zu wenig Oho Na gut Ja Aha So was gibt's denn jetzt für schöne Waffen Wenn man Geld hätte Dragonslayer Swordspear Schwertspear Interessant Und So offenehmlich Hier The Storm Curved Sword Das Schwert ist aus seinem Horn gemacht Von dem Drachen Also es gibt eine Waffe von ihm selbst Von Nameless King Und von dem Drachen Genau Ah Und das Interessante ist halt der Skill Bei dem Schwert Bei dem Curved Sword Das ist der Fall Ich bin der Fall Ich bin der Fall Ich bin der Fall Also wenn du auf die Waffe bist Und hier Ich bin der Fall Ich fahre mit einem starken Attack Ja Könnt ihr Das ist ein geiles Schwert Das ist ein geiles Schwert Ach Gut. Und dann muss ich wahrscheinlich L2 drücken. L2 und dann R2. Da kommen diese Sturmsachen. Aber nur dann, oder? Das ist so ein Special. Ja, L2 und R2 zusammen, genau. Das ist der Special. Du machst Schaden und gleichzeitig sorgst du für Wind dafür, dass die Leute von dir wegfetzen. Ist das praktisch im PvP? Im PvP ist es praktisch und im PvE auch, weil damit erschütterst du Gegner. Und wenn sie halt erschüttert sind, kannst du besser draufschlagen. Und das ist schnell. Mit R1 kannst du halt schnell zuschlagen und das ist dann lehrt mit Dexterity, ne? Problem ist das Mana. Das Problem ist das Mana. Das ist halt eine Mana-lastige Waffe, ne? Da geht mehr Mana weg als bei deinem vorherigen Schwert. Da muss man Intelligenz verbessern, damit Mana drauf geht, oder? Zauberei. Zauberei, das ist... Attunement. Wart mal kurz. Das ist das Zweite, unter... das Unterleben. Genau, es heißt hier Attunement. Achso, okay. Genau. Attunement. Einstimmung, Gestimmtheit, Besinntheit. Okay, interessant. Bei mir ist das Zauberei. Ja, schon witzig. Aha, interessant. Dankeschön. Danke. Dankeschön. War es das Astora Greatsword, das von dem Dancer, ne, von Pontiff war? Ne, ne, das, äh... Okay, ich hab's. Profaned Greatsword. Äh, ein Counter. Äh, ist die Waffe von Pontiff... Irgendwie... ...dass du Feuer nach vorne, im Prinzip. Du machst nicht nur den Stoß, sondern du... ...zwingst das Feuer auf deiner Flamme dazu, nach vorne zu strömen, auf den Gegner. Du siehst ja, die Flamme bündelt sich vorne an der Spitze... ...mit der Animation, und dann geht's nach vorne. Ja, auf jeden Fall mal ne Feuerwaffe, klingt doch gut. Ja, aber keine Dexwaffe, oder? Das ist ne Stärkewaffe. Ja, ja. Ah, ah, gut. Hm. Was gibt's denn für Dexterity Flame Weapons? Ich überleg grad. Wir finden demnächst eine. Cool. Na dann, Rettungs-Truppe, aufhi! Also der Dieb ist übrigens immer noch da. Soll der langsam sterben, oder? Ne, ne, einfach mit ihm reden. Der will demnächst weggeschickt werden, danach kommt er nicht wieder. Okay. Schicke ich ihn halt wieder weg. Kaufe noch alles nötige bis dahin. Genau, die Ember schön rauskaufen, ne? Die sind schon weg. Ach, der hat so Drachensperre-Dinger. Ah, okay. Sollte ich die noch schnell wegkaufen, wenn möglich? Hm. Ähm, nee. Machst du nicht. Es sei denn, sie sind dort günstiger. Ja, 4000 günstiger. Musst du wissen, ob es dir das wert ist? Ich gucke jetzt erstmal, ob ich überhaupt was zum Verkaufen hab. Fang aber nicht an zu experimentieren und verkaufe irgendwas Wichtiges oder so, ne? Vielen Dank.